Hallo und Willkommen zu den Japan Hardware Software Charts vom 14.02. bis zum 22.02.2022 Hardware Erster Platz Nintendo Switch OLED Modell 59.161 Euro im Gesamt 1.245.652 Zweiter Platz Nintendo Switch 23.162 Euro im Gesamt 18.16.050 Dritter Platz Playstation 5 23.249 Euro im Gesamt 1.172.683 Vierter Platz Nintendo Switch Lite 13.106 Euro im Gesamt 4.85.652 Fünfter Platz Xbox Series S 20.763 Euro im Gesamt 1.185 Euro im Gesamt 13.095 Euro im Gesamt Euro im Gesamt 4.854 Euro im Gesamt Smart breiten Achter Platz Nür, Nintendo 2DS XL, 364 Verkäufe im Gesamt, 1 Mio, 182.294 Verkäufe. Neunter Platz Playstation 4, 11 Verkäufe von Gesamt, 7 Mio, 819.325. Software, Erster Platz Token, Rambo Warriors, 113.159 Verkäufe, Zweiter Platz Pokémon, Legenden Arcus, 84.925 Verkäufe von Gesamt, 2 Mio, 8.795. Dritter Platz Horizon Forbidden West von der PS4, 48.476 Verkäufe. Vierter Platz Horizon Forbidden West auf der Playstation 5, 43.012 Verkäufe. Fünfter Platz Marcat 8 Deluxe, 13.406 Verkäufe im Gesamt, 4 Mio, 4, 43.032. Sechster Platz Marpatty Superstars, 10.651 Verkäufe im Gesamt, 876.058 Verkäufe. Sechster Platz Super Smash Bros. Ultimate, 9.268 Verkäufe im Gesamt, 4 Mio, 773.647 Verkäufe. Sechster Platz The King of Fighters auf der PS4, 9.268 Verkäufe, 9.2 Platz MyCraft, 8.503 Verkäufe im Gesamt, Samion, 5353.55 und auf dem 10. Platz Pokémon Strahlender Diamant Leuchtende Perle, 6.876 Verkäufe im Gesamt, Samion, 5908 Verkäufe. Das waren die Japan Hard Software Charts vom 14.02. bis zum 20.02.2022. Danke fürs Zusehen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.